Erst vor wenigen Tagen hat die Weltgesundheitsorganisation Alarm geschlagen. Die Masern breiten sich wieder weltweit aus. Damit ist eine Krankheit auf dem Vormarsch, die eigentlich schon längst als weitgehend besiegt galt. Auch in Deutschland gibt es wieder Masernausbrüche. Und das wird auch darauf zurückgeführt, dass Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, weil sie Gesundheitsrisiken befürchten. Dagegen stuft die WHO gerade diese mangelnde Impfbereitschaft als globale Gesundheitsgefahr ein. Aus der Politik und auch von Medizinern wird deshalb die Einführung einer Impfpflicht gefordert. Mit einer Anhörung nimmt sich heute der Ethikrat des Themas an. Hier ein paar Stichworte zu den Aufgaben dieses Gremiums. Der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges Gremium, das aus 26 Mitgliedern besteht. U.a. gehören dem Rat Naturwissenschaftler, Juristen, Mediziner und Theologen an. Sie werden je zur Hälfte von Bundestag und Bundesregierung vorgeschlagen und vom Bundestagspräsidenten für 4 Jahre berufen. Der Deutsche Ethikrat beschäftigt sich mit ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen. Er lotet mögliche Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft aus. Seine Themen setzt der Ethikrat selbst. Er kann aber auch durch den Bundestag oder die Bundesregierung beauftragt werden. Das Gremium hört Sachverständige an und er arbeitet anschließend Stellungnahmen und Empfehlungen. Wenn es nach dem Willen von Kleinkindern geht, könnte wohl ganz auf Spritzen verzichtet werden. Doch auch einige Eltern widersetzen sich den Impfungen. Dadurch drohe die sog. Herdenimmunität der Gesamtbevölkerung verloren zu gehen, so Wissenschaftler. Pandemien werden wahrscheinlicher. Der Deutsche Ethikrat erarbeitet darum eine Stellungnahme, ob Impfen Pflicht werden soll. Zum einen haben wir auf Seiten des Individuums natürlich das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Persönlichkeitsrecht. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die Pflicht des Staates, gerade wenn es ein relativ risikoarmer Einsatz ist, dafür zu sorgen, dass die Gesundheit in der Bevölkerung möglichst hoch gehalten ist. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bezeichnete Impfgegner kürzlich als eine der größten Gefahren für die Weltgesundheit. In Deutschland ist die Gruppe der Vorschulkinder vergleichsweise gut durchgeimpft. Daher ist eine Impfpflicht für sie auch unter Befürwortern umstritten. Wo wir die Probleme haben, sind v.a. die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die vor 15, vor 20 Jahren nicht geimpft wurden, weil sie es vergessen hatten oder damals nicht so danach geguckt wurde. Die Personengruppen erreichen wir halt nicht durch eine Impfpflicht zum Schulangang. Dessen ungeachtet befürworten einer aktuellen Umfrage zufolge 87% der Deutschen eine Impfpflicht für Kinder im Vorschulalter.